Zur Pressekonferenz vor dem 10. internationalen Concours d'Elegance-Klassiker à la Schwetzingen waren schon insgesamt 10 Autos im Park. Auch dieser Rohmetsch-VW, der in Berlin gebaut wurde, 1959, der natürlich auch am Wochenende des 30. und 31. August hier im Schlosspark von Schwetzingen bei Heidelberg zu sehen sein wird. 160 historische Fahrzeuge, ein Jubiläum, 100 Jahre Maserati. Wir feiern 50 Jahre Ford Mustang. Wir haben eine Sonderschau 50 Jahre Lamborghini. Es kommen Adler-Automobile, es kommen Luxusautos von Filmstars und viele, viele internationale Kunden und Freunde. Das Alphabet des Automobils trifft sich am 30. und 31. August im Schlosspark von Schwetzingen. Sie können dabei sein. Es kostet nur 5 Euro Eintritt und Sie erleben Automobilgeschichte live. Ich möchte einleitend sagen, wenn man nur eines dieser Autos nehmen würde, die da jetzt draußen stehen, und würde an einem beliebigen Tag hier vor einen Kaffee fahren oder es einfach nur hinstellen, es würde sofort Begeisterung auslösen. Und ganz viele Leute würden kommen und sagen, ach, es ist schön, es ist was Tolles. Und wir machen nun etwas, was es sonst nirgendwo gibt, obwohl es ja viele Veranstaltungen für Oldtimer gibt. Wir kombinieren das jetzt mit dem Erleben Gartenkunst, Kultur, Architektur und haben dann aber eine Auswahl von Fahrzeugen zusammen, die man sonst so nicht zu sehen bekommt. Und das Besondere ist schließlich noch für Schwetzingen, dass wir uns nicht nur der Gartenarchitektur gerne unterordnen in der Aufstellung, dass wir diese Reihung und das französische Rastermaß, dass wir das alles einhalten, sondern dass wir das auch so machen, dass wir, wo wir können, wenn wir nicht andere Themen haben, wie jetzt zum Beispiel 100 Jahre Maserati, das auch nach Baujahr aufstellen. Denn wir wollen gerne, dass das Publikum mit uns so ein bisschen Zeitreisen macht. Dass sie wieder, wenn sie reinkommen, die Uraltautos sehen, die Schnaufer, wie alles anfing und sich dann im Uhrzeigersinn im Park rum so langsam die 20er, 30er Jahre aufklappen und wir dann hier hinten oben drüben auf der anderen Seite irgendwann mit den 70er Jahren enden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017